Geh ich auf ein Fallschirm? Nee Cool Ah, ich seh dich ja noch, du bist unter mir Kann ich hoch gucken Oh, Neo ist über mir Frag nochmal, kriege ich eine falsche? Nein Hm, okay Sterbe ich, wenn ich aufschlage? Ja Da Neo jetzt unconscious ist, kann er nicht mehr so viel machen Funktioniert? Lebt ihr? Ich bin rausgegangen Warum? Wo ist Cruffy? Hier Bei dir hat es funktioniert? Oder failst du noch? Fail? Ja Also ich liege auf dem Boden, aber ich fall noch Ja Ist irgendwas kaputt? Ja Doch Jetzt musst du dich wieder bewegen können, oder bist du unconscious? Ich stehe wieder, aber ich kann mich nicht bewegen Ja Das war nur der Test, ob man das neue Ragdoll Befehl in den Revive einbauen kann Fazit nein Ah, ich hab das gleiche Problem Lass mich in Ruhe, ich hab keine Probleme Nein, du stehe Du bist ja normal Ich versuch jetzt gerade Scruffy zu fixen Rente um die Ecke Was denn? Kannst du dich wieder bewegen? Ich bin wieder in der Liga-Animation, ich kann mich drehen Das heißt, es hat dich nicht gefixt Ah, Moment Hä? Jetzt geht's Wenn man Add Force macht Wird man vom Spiel unconscious gesetzt mit dem Revive Auch wenn der nicht geladen ist Oh, wird abgedreht Kann BRDM von vorne bei einem Rundschützen rausschießen Ist immer abgebrochen Äh, links ein ZU Gerne Links auf der Straße Kreuzt Wenn du sonst kippst Ich spiel's Alles glaschen für Eend Das bedeutet, es kann eins aufpassen Was ganz schön fehlen, fahrt Dass du heute nicht aufpassen Was ganz schön fehlen, kann ich da jetzt nicht aufpassen Wenn du aufpassen Das ist doch hier eben durchgefahren. Da war noch nicht so viel während uns. Was passiert? Wir sind jetzt hier hingekommen. Aber welche sind die meisten davon, die ich schon gesehen. Über hinten fahren. Äh, was? Hier ward auf einmal ein Ball. Und auf einmal war ich tot. Der kam auf, ist gecrasht. Der sinkt. Und der hat crashed in Bonn. Was sinkt er denn? It's time to say goodbye. Der Kamerf hat Bonn. Oder my heart will go on. Glaub ich zumindest. Ja, Rauch im Wald. Der Kamerf ist gecrasht. Ausgezeichnet. Hast du hervorragend gemacht. So wie, äh, Freshman's armor. Wenn er sich wundert, warum vier verschiedene Versionen von Ace zusammen nicht starten. Steffi, ich hab dein Fahrzeug gekapert. Das ist okay. Neo, halt, 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 halt. 2, 2. Ja, kann man machen. Los. Go, 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 go. Janne, du bist überladen. Kann gar nicht sein. Achtung, der Zivi steht. Moin, fährt Janne bei mir bitte? Ja. Achso. Ich dachte, das wär Steffi. Ihr habt die Frauen getauscht. 4. Rally up. 3. 4. Was ist das Fernsehteam? Halt. Jetzt die schwere Frage. Brauche ich 6 Handgranaten und 6 Rauchgranaten? Unbedingt. Allein damit man dann auch Peter denkt, muss man immer ganz viel Rauchgranaten haben. Ich habe noch sie ja. Ich hätte das jetzt sehen. Warte, das ist die Sirene an. Er hätte aus dem Weg gehen sollen. Wer braucht alles noch ein Pflaster? Ich habe euch beide ohne aufgerufen. Hier liegt noch ein E-Glar, wenn einer nur nischt hat. Und ein kleiner RPG-18. Gerade für die Banken. Den habe ich auch noch im Upsack. Gegrindet wie ein Skater. Oh, die Ganganzeige geht nicht. Schade. Und diese Zeitung ist aus. Ich mag aber so Zeitung an. Oh. Uiuiui. Ich probiere das, was sie ja gesagt haben. Abbiegen? Ja. Passt euch. Ich mache links. Ich hoffe, mich helfen dazwischen. Ja. Was? Was? Bobby, ich fahr neben dich. Jetzt reparieren. Fahrt weg, fahrt weg, fahrt weg, fahrt weg, fahrt weg, fahrt weg. Weil das Ding hochgehen könnte und ich kann nicht reparieren, wenn ich tot bin. Wo? Ah! Ja. Ich hätte doch eben noch reparieren können. Nur ich habe nicht gewusst, was du meinst.